hallo und herzlich willkommen hier zurück zu days gone wir sind jetzt keine ahnung was wir jetzt machen müssen ich guck mal bei stories ist finde hier das müssen wir deswegen machen wegen busers arm gucken wo wir hin müssen habe ich irgendwas hier zum abgeben ja muss ich einmal hier zum essen hin und dann geht es weiter mit der mission wenn wir wissen wo wir hin schön gar nicht zu der karte muss ich spiele das schon 30 folgen lang und weiß immer noch nicht wohin ein paar öhrchen das ist alles was ich für heute habe so aber wie komme ich jetzt zu der mission von busers arm vielleicht jetzt vielleicht muss ich zu ricky also ich muss noch sieben schrott sammeln das krieg ich hin ich habe nur kurz vor die tür gehen sieben schrott geht ja 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 siehe Bruder, hier ist Deke. Ich muss wohl schlafen. Deke, bist du das? Shit, sorry, Mann. Ich wollte dich nicht aufwecken. Bruder, beim ganzen Tag an der Schaufel schlafe ich ein, sobald ich mich hinsetze. Was willst du? Ich wollte nur mal nach dir sehen, Bruder. Und, äh, naja, sicher gehen, dass du dich wieder nachts mit einer Horde drauf machst. Hey, mach dir keine Sorgen. Hört sich an, als wärst du derjenige, der aus Spaß herumfährt. Hey, ich muss jetzt pennen. Wir reden später. Ende. Alle Dinger hier stehen offen, ey. Was ist das? Nee. Ich muss jetzt laufen, weil Sprit ist nicht mehr so toll. Scheiße. Kann ich das aufmachen? Scheiße. Noch mehr Nester. Puh, ich muss den Scheiß abbrennen. Ich will die Gegend hier sicher machen. Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Ah, stimmt ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Okay, jetzt muss ich mal schnell machen. Ich bin stolpert. Warte mal, zu welcher Tanke gehe ich denn jetzt überhaupt? Oh, Scheiße. Ist da keine in der Nähe? Da hinten. Oder da. Fuck. Fuck. Ich bin schon. Ich bin schon. Komm her! Da ist Benzin. Zum Glück. Was ist der Teufel, was hier passiert? Ich hoffe, es gibt ja noch was. Ich muss es dir nicht erloat. Yes. Splitt. Einmal kurz, dass ich das Klima fallen. Ob ich das hier untersuchen kann. War auch schon eckig. Ich glaube, wir können die Reise dann weitergehen. Zum Glück habe ich es schnell gefunden. Ja. Ich komme, Bike. Bis gleich wieder voll. Okay. Na scheiße. Oh, ich habe noch was. Ich brauche unbedingt Schrott noch. Ich brauche nicht. Okay, das ist nicht so, wie es macht, so wie wir es sind. Okay. Wir haben uns noch Kontakt. Wir haben uns noch Kontakt. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, Mann. Scheiße. Fahre ich jetzt wieder in Richtung Camp? Ich werde dich gleich kreischen lassen. Alles schon ausgeweidet. Und tschüss. Und schüss. Nee, ist schon ausgeschlachtet. Muss ich in der Camp eingangen? Nein. Hier ist jemand. Kann ich nicht die hier aufbrechen? Warum nicht? Muss nochmal kurz tanken und dann gucke ich nochmal rum. Ich gehe jetzt nochmal pennen, damit es Tag wird und dann fahre ich nochmal los. Gehen wir aus dem Weg. Ja genau, gehen wir aus dem Weg. Entschuldigung, dass der Anfang so ein bisschen langweilig ist, aber das soll man machen, ne? Man kann nichts machen. Und dann gehen wir mal Schrott suchen. Ach, das sollte reichen. Gehen wir aus dem Weg. So, dann gucke ich jetzt nochmal, fahre ich nach links hier auf die, zu der Tankstelle erstmal. Machst du mal auf, bitte? Ich mache dir das so auf. Danke. Noch Morgendämmerung. Oh, scheiße. Piss euch. Das geht nichts über Schrott. Naja, jetzt haben wir was. Mal tanken. Ist ja kostenlos. Gut, dass man dafür kein Geld zahlen muss mehr. Gutes Tank. Dann schitteln wir dich nicht, weiß ich nicht. Nicht gehen wir jetzt an. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geht's los Uh, und ich? Und ich? Hey, sind wir jetzt endlich Stufe 2? Was? 61 fehlen uns? Oh, scheiße Aber trotzdem geh ich mal zu ihr von der Nebenmission Hey, wie läuft's denn so? Sag an Dick, Gott sei Dank Ricky, was ist los? Kennst du einen gewissen Joshua Harper? Harp? Äh, ja, ja, den kenne ich Ich hab dem Mistkerl nie vertraut Er trug immer ein schwarzes Stirnband Als wäre er ein verdammter Hipster oder so Tja, dein Instinkt hat dich nicht getäuscht Er hat Dan Lane erschossen Beim Kartenspielen Und floh Oh man, äh, wo ist er jetzt? Eine Patrouille sei ihn nach Süden fahren Sie hatten zu viel Angst, ihn aufzuhalten Er hat sich bestimmt Driftern angeschlossen Ich brauche wirklich deine Hilfe Okay Ich regle das Du siehst seine letzte Position auf der Karte Danke, Dick Jo, mach ich doch Alter, wird mein Bike ungeschmissen Takt Na nochmal tanken, lieber Ist besser Ich schau mich nur um Okay, alles klar Okay Okay Zum ersten Mal hab ich da fast den Weg gefunden. Yeah. Ah. Da bin ich nicht vorbeigefallen. Alter, willst du mich verarschen? Ah, großartig, Ricky. Ich bin gleich da. Liegen Ende. Hey, jedes Mal. Ich brauch einfach nur das Camp zu verlassen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ricky, Harp und seine Männer scheinen bei Camp Creek zu sein. Sicher, dass du das schaffst? Ach, Schüsse. Was zum Zweifel. Ja, ich frag ja nur. Lost Lake Ende. Oh, okay. Komm schon. Du brauchst mir nichts. Ja, greif ihn ab! Oh, Scheiße. Nur zu, warte. Ihr wart meine Arbeit machen. Du musst euch nicht aufhalten. Leak, hast du ihn gefunden? Ah, ja. Ich höre Schüsse. Nein, äh, ja, da, da war ein Schwarm, der, der von mir erwischt. Mann, naja, wir sind Stirnband. Der ins neue Räume. Weißer, dass er tut ist. Ja, okay, es ist, äh, es ist vielleicht ein bisschen schmutzig. Gut, äh, klar. Kein Problem. Na, scheiße. Fuck. Es gab es noch nie zweimal in einer Folge. Ich bin ja auch ein Grambu-Typ. Ich bin nicht so der, der sich verschickt und wartet und wartet, wenn man reiten kann. Sicher, dass du das schaffst? Ja. Was glaubst du denn? Ja, ich frag ja nur. Lost Lake Ende. Hör! Hör! Mann verletzt! Ich mach dich nachher mal. Ich mach dich nicht. Kannst du ... Wirklich? Nein! Eh Komm, ich mach uns Noi! Wie viel geht es denn? Oh, Mistcut. Das macht mir los. Das war's. Hm, fuck's up. Ich bin schon. Was ist das? 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 Was? 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 Das war ein Bär. Was ist hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mal gucken, ich mal kurz Waffenrad. Ah, sieht das nicht schön aus. Also muss ich ja noch abliefern. Ja, hier ist der Harps-Stirnband. Ekelhaft. Ja, das kannst du laut sagen. Danke, Dick. Ich sage es Dans Leuten. So, Fahrer zur Position. Mach ich gar nicht. Ich hab gute Sachen heute. Gleich. Ich mach jetzt mal einen Fertigkeitspunkt wieder. Hier haben wir wenig, aber Nahkampf? Sehr. Wäre nicht schlecht, ne? Ich guck erstmal hier nochmal. Erfärben machen wir eigentlich fast nie. Am besten vielleicht das hier erstmal. Hey, außer Kontrolle. Jetzt wird's bestimmt erstmal wieder nachts. Das hab ich ja gerne. Hm. Wie heißt die Kinder? Reich bald. Wie sag's dir? Vielen Dank.